der rascht wieder schön am delphinspiel los attacke das muss ich machen das blaue muss ich ja stimmt du musst ich glaube schieb es ist Oh mein Gott, was ist dieses Ort? Ich weiß nicht. Es ist großartig. Ok, ja, natürlich. Hallo, hier. Oh, großartig. Ist das du es bei mir? Ja, das ist es gut. Ooga, ooga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, also, uh, we're just gonna bring the sweetness back into our relationship. Of course, without sweetness our relationship will die. Yeah, right, just throw us some sweets and we'll cancel the divorce. Sweetness comes in many forms. Men, when was the last time you thank Cody for taking care of everything in your home? Oh. Well, uh... And we have you shown Mei some appreciation for working overtime to support the family, huh? 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 Uh, well, there was that time when... Mm-hmm. You know... Exactly. Now, turn on the candy production and make the sweetness flow again! Tuck, 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 tuck! Tuck, 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 tuck! Okay, okay. Oh, I get it! The lighthouse is the candy factory! Oh, I get it! If we repair the generators, we can turn on the lights! Follow the pipes! We can get our candy! Isn't it a little bit better? Isn't it a little bit better? Ah, that place looks real dark and spooky down there! Oh, look at that! Is that a Subnorica? A lampenfisch! I do not get a friendly feeling from this fish! Mmm. I did not hear anything, what they said. Yeah, how do you get that out of it? I think something is just about to feel it. We need to feel it, or ? No, you don't... Ok, I did, I just... Are I just like already... Oh yeah, that's pretty good now! It's like... There's a leak here. Oh mein Gott. Ah, hier. Ich komme. Schön unter Wasser. Irgendwo jetzt, oder? Oder... Vielleicht so rum, oder? Muss man noch weiter zurück, genau. Genau, da hinten ist noch eins. Hm, der Fischi kommt. Ist auch ein süsser. Das ist der richtige Weg. Right. Nice. Das sagt noch mal, right? Just one more. First swim! Oh oh. Oh mein Gott! Hat der jetzt das Ding gegessen? Nein, nein. Aber hat er Lust auf uns zwei? Ja, wir sind doch aber nur kleine Snacks. Ja. Ja. Hab Pech hoch. Okay, Kenny Production. On! Na, ist der letzte, ja. Ja, denke ich. Ja. Okay, läuft wieder. Super! Boah! Die Candy Pipeline läuft! Eine von drei. Hey! Es funktioniert! Schau an den Knie! Oh, das ist süß! Enough, um dir die Teufel zu geben. Lass uns noch einen finden! Ne, nur einer, Gozu. Nur einer muss das kaufen. Mal links, oder was? Äh, ja. Dann lass uns links gehen. Oh oh! Ah! Oh oh! Was macht das? Oh mein Gott! Hey! Hornshoes! Dankeschön für 29! Oh oh! Hab ich jetzt wieder genau gegengeschwommen. Nur einen Profi geben! Oh man! Es kann nur EIN Profi geben! Oh nein! Hihihi! Hahaha! Ups! Äh! Ah, hier drüben kann ich aufs Land oder? Ah so, da bin ich gegangen. Nein! Ich hab's noch nicht getrunken. Äh. Ah, hier. Nein. Nein. Jetzt. Du musst überhaupt da rüber. Also, du musst da... Ich glaub schon... Haben mich schon gefragt, wie war das... Oh, nein! Schüß! Äh, es gibt so einen Trendpass-Austrieb. Barney konnte sich das Game halt einfach runterladen. Ja, auf Steam... Äh... Friends pass oder so. Oh-oh. Hupsi! Also, man kriegt nicht zwei Kopien, nur eine. Sander ist wie so eine Demo-Version, aber mit einem Freund zusammen kannst du dann spielen. Oh-oh. 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 Was? Das brauche ich dich. Ja, ich komme... Ich hatte Schwierigkeiten. Oh-oh. 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 Hi, Priver. Dankeschön für 54 Monate. Willkommen zurück. Ich hab... ja ich glaube du kannst jetzt hier ein jetzt kann ich hier ich weiß ich muss nicht in der richtung Oder wenn du loslässt, dann... Ne, wenn du loslässt, passiert nicht. Ja, wir müssen ganz rum. Wie ganz rum? Ja, da hoch irgendwie. Ah, ok, alles klar. Jetzt hoch, ja. Ist richtig? Ja, nice. Ich glaube, das war's schon. Ich vergesse den auch immer, private. Ich vergesse den auch immer, private auch immer. Ja. Yo, damit loved you, Fabrik. Ja, Lava, ich komme. Ja, Lava, ich komme. Was? Achso, lol. Ja, dann muss ich ja hier nichts mehr ziehen. Nö. Das geht mit so schön. Oho. So. I'm fading for you. Äh, wait, what? Oh. Wenn wir jetzt zu Süßigkeiten verarbeiten. Äh. Ich weiss gar nicht mehr, was die Aufgabe ist. Achso, wir müssen, glaube ich, laufen. Das ist keine Katzine. Achso, lol. Ich habe jetzt gesagt, er läuft. 18 Minuten. Ich habe jetzt eine Katzine erwartet. Was sagst du? Eine Zwischensequenzur. Achso. Warum bin ich nicht gelaufen? Ich habe Katze verstanden. Ja, Katzine. Oder? Englisch. Ja, Katzine, ja. Ich habe aber gerade Katze verstanden. Irgendwie so, hä, was für eine Katze? Was will ihr denn jetzt? Achso… Ja, haha, haha, haha. Da bin ich jetzt fast so langsam. Weiss ich nicht. Drück das Klöffchen, los! Huuu! Ah, genau! Das Licht muss man anschauen! Let there be light! Woo! Come on, this way! Dann wäre das Blatt zwei. Das ist Blatt zwei jetzt, ja. Und vier. Und vier. Mitessen. Ja gut, fahren kann man es nicht nennen, ich bin mir aufs Gesicht geplant. Stop going skiing. Well, Rose was born, and then the bills piled up. Yeah. Yeah, I guess. Oh, and then we had that leak in the roof, remember? Oh, don't remind me. But maybe once we've sold the house, there might be some money left over for a weekend trip. Hey, you could take Rose to Waterland. Yeah, it's a great idea. She's been bugging us all summer to take her there. And then I'll take her again when it's my turn. Yeah, she'll get to go twice. Double the fun. Yeah. Yeah, double the fun. Ach, Mensch. Speaking of fun, let's race. Yeah. Okay. 3, 2, 1, los! Peace out, Rabbid, tschüss! Yeah, you hang on to your glasses. Gonna be a bumpy ride. Bring it on! Wuhu! Oh, shit. Äh, cheats? Halte. What the fuck? Ab wie Ding, äh, Toni Horst. Du fährst doch einmal so einen Kanal runter. Ich werde gewöhnen, ich mache das fertig. Ach, das ist schon möglich, gell. Maybe. Oh, oh. Yippie! Hey, hey! Hey, ich habe gesehen, du hast es geschafft. Whoa! Seit wann hast du so schnell bekommen? Ah, diese Läge sind begonnen, um zu rennen. Was bringt jetzt das? Keine Ahnung. Ah, das ist ein Ding. Hier ist ein Yeti, oder? Oh, wir können das Ding herum fliegen. Oh! Ist das ein Monster? Whatever es ist, ich bin glücklich, dass es fliegen ist. Äh... Kannst du mich mal kurz befreien? Äh... Ne, du musst cheap von der anderen Seite, glaube ich. Gibt es nicht weiter. Okay, danke. Jetzt kannst du noch. Hohohoho. ein genius da her kann oh fuck nein ist man hier lang oder weil ich musste mal Schleit mal das Ding da an. Ja. Kommst du nicht hoch? Na, aktuell kann ich das nicht nehmen. Ja, eben, dummer. Ah, warte. Nee. Da muss ich hoch. Ja. Kann eigentlich nicht viel machen. Ich glaube, ich muss dich zuerst hoch bringen, oder? Kannst nicht? Nee. Ich habe hier unten Heiss zerstört. Das... Ich weiß nicht, ob es so reichbar ist, oder? Hat irgendwas gesagt, mit dem Hook sollst du anschauen, oder? Wenn du hier... Nee, hier. Hier gibt es eine Leiter. Oder... eine Hölz. Oh, lol. Ja. The fuck? Ich bin hier ein Hochkommi. Einfachste Rätseln, wie der verkackt. Und den anderen näher bringen. Ja. Habe ich es gleich, warte. Nein. 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 Dachte ich komme. Hä? Bist du ja auch gerade resetet? Ja. Oh, fuck. Jetzt müssen wir es anderen wiederholen. Sorry. Komm ich da rüber? Ich dachte, ich kann früher abspringen. Nein. Danke. 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 da sehe ich mich auch das ist doch mega cool hier ja wahrscheinlich den ersten zwei meter abgestürzt jetzt war realistisch ein meter das spiel ist halt wirklich bis zum ende scheinbar völlig durchsetzt mit geilen sachen so viel verschieden ist keine einzige wiederholung zu fern jetzt müssen wir auf den leuchtturm hoffen oder was da waren wir gerade jetzt was du die du 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 Nein, RELATIONSHIT, als in SHIT, wie Kaka. Du musst deine RELATIONSHIP in eine RELATIONSHIP. Okay, Mr. Crazy. Ja, unsere RELATIONSHIP hat bereits verletzt. Wenn etwas verletzt, etwas new kann werden. Und dann kann die Attraktion aufwärts werden. Oh nein. Oh, ja! Ja, lass uns das, Baby! Komm! Hey, Bonnie! Oh, Bonnie! Oh, hey, hey, hey! Oh, was kann ich sagen? Bremse ich da bitte! Oh, we gotta get out of here! Oh! Oh, mein Gott! Oh! Oh, so much for a pleasant trip! Oh, no! Ja, weil ich doch nicht so viel habe. Faster, Toadie! Or it'll kill us! Oh, oh, we gotta get out of here! Oh, my God! Er ist very fast in der ganzen Zeit! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Jetzt sitzen wir beide auf dem Sofa. Jetzt können wir es sicher zerstören oder? Was? Doch hier? Wir müssen alles zerstören. Jetzt muss ich sicher... Alles okay. Jetzt musst du... Du Scheiße! Du kannst doch hier aber abfliegen, oder? Ich kann wirklich die magnetische Kraft für dich fühlen. Ich kann wirklich den Magneten nach dir fühlen. Stumm-Soldat, Dankeschön für 11 Monate und willkommen zurück. Ich glaube, das hatte ich schon gesagt, oder? Ja. Nee. Und der anderen Seite. Aber wir müssen... Einer so, einer so. Ja, wir müssen uns gegenseitig ansaugen. Also, richtiger Rätselkönig, ey. Gleichzeitig, oder? Ja, läuft wie er in der Mitte landet sich. Ja, weil ich die Lösung hatte. Setz dich da mal drauf. Nein, geht nicht. Nein, geht nicht. Nein, geht nicht. Schade. Aber wenn nicht... Oh, schön ist's. Oh, schön ist's. Was ist das an das Kreuz da oben? Ja. Das musst du machen, glaube ich, oder? Nee, du. Ich hab keins. Cody! Grab onto me! Don't let go, Cody! You can do this, Cody! Watch on! Los! Jetzt muss ich... Nein! Der Wind kann hier nicht erreichen! Ja, super! Vielleicht schwing ich einfach zurück! Ja, du benutzt doch dein Magnet! Mach ich doch! Ich bin hinter dir! Ich wollte jetzt einfach ein bisschen heulen. Und genau deswegen will ich mich von dir scheiden lassen. Du heulsuse! Woah, 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 woah! Woah, woah, woah! Oh, shit! Oh, nein! Hahaha! Tschüss! Hahaha! Da lacht er! Wo müssen wir denn jetzt hin? Keine Ahnung. The Wind! Ah, hier! Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020